Ja, Leute, vielen, 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 weißt du, was jetzt kommt? Food vielleicht, Patrick? Achso, Food, noch mehr. Also, sorry. Vielen, vielen Dank für die 500 Abonnenten. Geh wieder zurück, geh wieder zurück. Und ja, ein Special-D-Folgen und zwar wird das ein Kanal-Trailer. Ich bin schon sehr stark am Arbeiten an dem und der wird wahrscheinlich bald kommen. Jo, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Meinung nach Minecraft Survival Games. Heute mit dem lieben Ramsko-MC. Jo, hallo, Leute. Und ja, und wer spielt auf der Map? War Reide6 auf GOMID.net wie immer eigentlich. Ich hab ne D-Arx, wo bist du? Ganz schwer bist du. Äh, ja, ich schreibe mal die Maruco, oder? Nein, hier, 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 nein, andersrum, genau, andere Richtung, ja, genau, ja, okay. Und ja. Und ja, äh, nö, ich hab ne D-Arx, danke. Also, Spitzack, Entschuldigung. Und ihr habt schon am Anfang des Videos gesehen. Ich hab ein neues Intro, ja, das Intro hat mir ja, äh, liebe Series of X gemacht. Danke an dich, Series of X. Sein Link ist natürlich, wie der Link vom Ramsko-MC, in der Videobeschreibung. Könnt ihr ja mal vorbeischauen und ein Abo da lassen, wenn ihr wollt. Ich bin gleich down, und ich bin so dumm, dumm wie kacke. Hinter dir! Renn nicht in mich rein, renn, einfach. Nein, 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 ich verpüsse mich erst mal. Okay, ich brauchst du? Und dann spreche ich natürlich nicht. Okay, das macht Sie irgendwie sehen, ich weiß nicht warum. Dead Logic, Dead Logic, er hat geklappt. Hm. Erstmal für diese Kiste, ich bin am Strand übrigens. Hier! Oh, that's kill. Ich hab Essen für dich. Und ja, ihr könnt ja mal auf dem Kanal vorbei, schon, der macht echt coole Intros. Ja, ich bin am Strand. Ah, hier. Hier hinten. Und ja, lasst einfach mal ein Like und ein Abo bei dem. Genauso wie beim Rapsköpzi. Und ja, ansonsten komme ich jetzt eigentlich schon zum Hauptthema. Und zwar die 500 Abonnenten. Ja, Leute, vielen, 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 vielen. Weißt du, was jetzt kommt? Food vielleicht, Bartold? Nein. Achso, Food, noch mehr. Achso, sorry. Vielen, vielen Dank für die 500 Abonnenten. Ich hätte das wirklich nie erwartet, dass ich irgendwie oder andere Sachen so groß werde. Und ja, vielen Dank dafür, ein Special mitfolgen und zwar ein lieber Kanal-Trailer. Ein lieber Kanal-Trailer. Nein, wirst du erst böse. Oh nein, er wird böse sein. Gibt's Leute, Alter. Ja. Oh, da vorne ist einer. Und ich bin halt live. Und. Ja, und wir rennen mal lieber. Wir rennen mal lieber. Und gehen mal ins Wasser. Wir werden sie dann von unten zu hitten. Runter, unter Wasser, unter Wasser. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Untertauchen. Das kann nicht sein. 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 Okay, ich habe mir einen Hit mehr gegeben. Oh mein Gott, wie oft ich jetzt kann nicht sein gesagt habe. Naja. Ich komme, ich komme, ich komme jetzt. Okay, da hat er mir. Ich habe beiden. Ich habe insgesamt viele Hits ausgesellt. Bleib, 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 bleib am Rand. Einen getroffenen Bogen. Ich habe nur einen Fallkopf. Sonst hätte ich die Probefilm dabei sein. Geh wieder zurück, geh wieder zurück. Und ja. Ein Special mitfolgen. Und zwar wird das ein Kanal-Trailer. Ich bin schon sehr stark am Arbeiten an dem. Und der wird wahrscheinlich bald kommen. Und ja. Hey. Und außerdem ist ja, wenn ihr das Video seht, Weihnachten. Also ich werde das wahrscheinlich nicht mehr heute schaffen, hochzuladen. Denn heute... Und sie kommen wieder. Nein, nein. Ich glaube, die... Ja, die tun nur so. Die fühlen sich dann geil. Und... Joa. Noch mal herzlichen Glückwunsch von mir selber. Danke. Danke, danke. Wie kommt man da rauf hin? Wir müssen jetzt eindeutig noch ein paar mehr Kisten sammeln. Ich habe eine Eisenbrustplatte. Wo, wo, wo? Die kommen, die kommen. Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Komm hier nach hinten. Okay, bin im Wasser. Das war der falsche Typ. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tschüss, Kosti. Großer Fehler, mein Freund. Großer, großer Fehler. Da hat er großen Fehler. Wenn du noch was ansprechen willst. Ähm. Nein, ich habe eigentlich jedes Thema hinter mir. Hashtag Netzwerk. Ah ja. Danke fürs Erinnern. Ähm. Ich bin ja jetzt in einem Netzwerk. Und zwar, wie heißt denn dieses Netzwerk-Rami? Explore Network. Genau, die Explore Network. Da bin ich jetzt drinnen. Da ist auch der Ramsco MC drinnen. Und der Franks. Ich bin der Ramsco MC. Oh, da bin ich jetzt willkommen. Und ja, ich bin eigentlich gerade vorhin erst reingekommen ins Netzwerk. Aber ich bin jetzt schon ziemlich glücklich, weil der Support war ziemlich cool. Weil ich habe die Anfrage verschickt und war eigentlich sofort im Kanal drin. Ich habe den Typen übrigens den anderen da gebildet. Genau, im Kanal ist er drin. Äh, im Netzwerk drin. Wo bist du? Ja, okay. And. And. Also, ich will doch am Tag schlafen können. Ich möchte das. Und wenn ich was möchte, dann kriege ich das auch. Gestoppt. Der Spaß. Alle noch nicht schlafen. Also, am Tag nicht schlafen. Geht nicht. Unmöglich. Außer im Flugzeug. Naja, es ist, es ist. Es hat viele Menschen gejuckt, auf jeden Fall. Okay, warte, da steht er. Es ist schon möglich für mich, am Tag zu schlafen. Äh, hat da jemand gefragt? Noll. Milo, Milo, Milo. Oh nein. Wo bist du? Wo bist du? Ja, jetzt werde ich gebosspümmt. Wo bist du? Ja, ich bin tot. Wo bist du? Ich bin tot. Ja, ich werde trinken. Nein, ich werde trinken. Nice. Danke, dass man da Luft holen kann. Hinterm Schiff. Am ersten oder zweiten Schiff? Hinterm ersten Schiff. Grün. Ja, ich habe jetzt nicht zugehört. Ist jetzt alles angesprochen? Oh mein Gott, ein Goldbusband. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich habe ein Herz. Ich habe da jeden Fall. Okay, nein, wo bist du? Ich komme jetzt. Ich sehe dich. Nein. Versuchst du zum Strand zu kommen? Ja, das versuche ich. Ja, nein, es boostet euch ruhige Faggots. Nein, bitte nicht. Wo bist du? Ich komme. Ich bin... Okay, ich habe eineinhalb Herzen und die boosten sich gegenseitig. Ja, ich bin tot. Ich bin gestorben. Egal. Ähm, die Runde nehme ich trotzdem. Hier, warte, ich tippe mich mal zu dir. Du kannst ja jetzt hier nochmal den Rest machen. Wo sind sie? Da hinten. Wo? Hinten, oder? Da. Da haben sie mich getötet. Sieh das nicht vordrückt, denn ich sehe dich auch nicht. Ja, ansonsten beende ich dann erstmal die Folge, denke ich, oder... Nein, ich schaue dir noch zu. Soll ich dir noch zuschauen? Den Fahrrad sehen ja alle, wie schlecht ich bin. Soll ich dir noch zuschauen? Ja. Ja? Ja. Oder wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder. Und wir sagen euch dann, wie es ausgegangen ist. Und, ähm, wir machen dann sowas noch eine kleine Quick-Ski-Runde. Also, bis gleich. Tschau. Faster than a boat. Faster than lightning. We are the farmers. Flute. Yo, Leute. Willkommen zurück. Jetzt zur, äh... Quick-Ski-Runde. Teams erlaubt. Ihr habt gerade wahrscheinlich so gesehen. Richtig episch, wie der Rami dann noch einen von den Typen gekillt, nicht abgestoppt, gekillt hat. Ähh. Was war das gerade mit... Creepy Geräusch? Das OP-Rustum? Hallo, Romazok. Wo ist das okay? Wahrscheinlich hast du auch einen Steinschwert oder so. Jetzt habe ich einen Steinschwert oder so. Und ja, ansonsten haben wir uns doch überlegt, dass wir vielleicht folgendes Thema mal anschneiden können. Schneide, schneide. Nehme ich das Thema Unge und Mediakraft. Wie stehen wir dazu? Was finden wir denn? Was ist da los? Easy. Was finden wir denn? Was sagen wir denn dazu? Und so weiter und so fort. Ja, was sagst du denn zu dem Thema? Also, mittlerweile ist es mir auch schon egal. Also, um es auch noch was will. Ja, das finde ich auch. Zumindest hat, ich fand es ja irgendwie schon eine coole Entscheidung. Nur es war halt irgendwie ein bisschen, naja, ich sage jetzt mal... Unerwartet für mich auf jeden Fall. Ja, ja, es war halt irgendwie so ein bisschen kacke, dass auf den ganzen Servern einfach gespammt wurde. Hashtag Freiheit. Und mich hat es auch genervt, dass das Hashtag Freiheit auf Twitter 24 Stunden auf Platz 1 war. Und das während halt Ode Jungs gestorben ist. Weiß nicht. Na gut, okay, aber das ist ja was anderes irgendwie. Aber, ja, irgendwie hast du auch recht. Naja, ich habe trotzdem das ein Verstorbener mehr Aspekt erlangen. Ja, viel mehr, viel mehr. Hinter dir, hinter dir. Wir gehen auf den. Ja, gehen auf den. Der Typ ist Aua, Aua. Achso, das passt nicht, du. Okay, warte, ich droppe TNT. Der ist voll rein. Der ist ja mit drin, Alter. Der war so weit drin. Renn mal, renn mal, renn mal, ich bin mit 3 auf 3,5. Habe ein, habe ein, habe ein. Okay, nice, nice, nice. Ich kümmer dich von hinten. Habe ein, habe ein. Habe ein Hit mitgegeben? Noch ein Hit? Ja, na. Habe ein, aber auch. Hier ist es jetzt der gleich TNT. Achtung. Ich habe gesehen. Ich habe gesehen. Oh mein Gott. Oh nein, ich bin da noch zu 1,5. Okay, gut, wo bist du? Oh. Pran. Okay, da habe ich ihm 2 Hitzenbogen noch mitgegeben. Jetzt ist er low. Nice. Oh nein. Oh, verdammt. Sorry. No problem. Jemand hinter mir? Ne. Das ist ein Team? Mhm. Okay, verdammt. Ja gut, was soll man machen? Wir müssen den mit den Diabos targeten. Ja, ist ein, haben beide? Also, warum? Okay, gut. Gib mir bitte Food, gib mir Food, gib mir Food. Gut, schnell. Hab ich, hab ich. Hab sie getoppt. Oh nice. Und ja, ansonsten, ich finde es halt auch ein bisschen irgendwie traurig, dass einige Leute halt wirklich an den Fame von Omi auch dran wollten, indem sie sofort ein Gameplay hochgeladen haben, was die Qualität gleich scheiße hatte. Also, wirklich scheiße. Oh mein Gott, wie ist das? Oh mein Junge, was scheiße. Sofort so die 3 Milliarden, 1100 Milliarden. Ich seh dich. Nein, 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 nein. Okay, gut, wir sind wieder zu feind. Mehr Jungfrau, Mann und blaue Schuhe. Feind! Nein, jetzt kann ich nicht schlagen. Ich kann die schon schlagen, aber ja. Ja, so, äh, hier, die brauche ich. Gutes Fleisch, ich brauche Food, ich brauche Food. Äh, gib mir Food. Gange, gange. Und? Und, Patrick, sie sind da, Patrick, sie sind da, komm, komm jetzt. Da sehe ich halt einige Leute auch einfach an den. Der Typ ist fast low. Ich bin so dumm dabei. Der Typ ist fast low. Oh mein Gott, hinter mir ist einer. Ich finde dich nicht, ich finde dich nicht. Ich seh dich nicht. Oh, du bist, oder? Okay, ich muss rennen. Komm, ich komme. Ziemlich spannende Runde hier. Oh mein Gott. Hilf mir, Romasok. Yeah, ich will das Weihnachten. Oh mein Gott, du bist jetzt. Ich habe ihn. Nein. Doch. Okay, bitte weg, renn weg, renn weg. Okay, renn auch mal. Oh, shish. Oh, man. Entschuldigung. Yo, wahrscheinlich bin ich leid. Renn, renn. Versuch, perfekt zu rennen. Renn sich denn nicht. Wie heißt noch das Fuhren hier mit deinem Baum schön. Mann, das ist echt ziemlich actionreich, gerade die Runde. Mhm, aber Ärger. Das ist noch 10 Täter. Die haben meine Diabros gedroppt. Perfekt für dich, Rami. Hast du eine Angel oder nicht? Ey, nein, ich habe keine. Ich bräuchte aber eine. Scheiße, ich habe eineinhalb Herzen. Nein, nein, ich muss rennen. Sorry, ich habe die jetzt nicht aufgesammelt. Gut, ich habe es, ich habe es für dich. Patrick, ich habe es für mich hier. Gib es mir. Gib es mir. Gib es mir. Je gefunden. Okay, Achtung. Oh mein Gott, sie kommen. Sie kommen. Aber ziemlich spannende Runde. So spannend hatte ich es noch nie. Ja, ich glaube nicht. Und meine Hände sind gerade voll verschillt. Die Kokolade noch an den Händen. Läuft bei mir. Easy. Ich habe Angst, dass jemand hinter mir sowohl. Bestes Club, wo es gibt, haben. Es ist Club, wo es gibt. Läuft. Läuft. Oh, Läuft. Oh, Läuft. Oh mein Gott. Junge, bitte da. Du bist doch schräg. DC-Player bin ein. Lustige Birne. Headshot. Das war lustig. Oh mein Gott. Geh, Metzl. Okay, jetzt können wir von hinten abschauen. Das ist so Ärger der CW hier gerade. Nein, nein. Alter. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht, mein Freund. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Milo. Ich bin am Feld. Warte, treffen wir uns dort, wo wir uns verloren haben, okay? Da wir uns verloren haben. Wie lustig bist du? Geil. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Drei Arzen, drei Arzen. Nein, nein, nein. Ich sehe dich. Komm mal zurück. Ja, ich kann nichts machen. Ich puste dich. Nein, ich bin tot. Ich bin des Todes. Ich bin des Todes. Oh mein Gott. Wenn einfach jemand hinter mir ist. Wusste ich gar nicht. Dein Ernst. Ist das dein Ernst? Ist das dein verkackter Ernst? Oh mein Gott, das ist niemand hinter mir. Wie läuft denn hier? Ja, alles hinter mir. Ich habe kein Ernst. Warte, ich komme jetzt hier. Ich habe ihn. Ich habe lustige Birne. Warte, wo bist du? Wo bist du? Da oben bist du nicht, Junge. Wie weiß ich. Okay, warte, wo bist du? Ja, genau. Ich wollte noch was ansprechen. Nämlich auf Skype. Das hat ja auch der liebe Ramskultz hier gesagt. Ich werde ziemlich, ziemlich, ziemlich oft zugespampt von Leuten. Rami, wir sind eine Deathmatch. Ja, geil. Ich muss jetzt mal reden. Ich bin Half-Life. Wir werden ziemlich oft zugespampt von Leuten. Essen wir? Von wegen. Ja, wollen wir aufnehmen und so. Ab jetzt. Also ab diese, ab sobald das Video online ist, werden Leute, die mich zuspermen, sowohl auch auf Gomme, also auf dem Server Gomme, ähm, gebannt, äh, sorry, ähm, also gekickt als Freunde und, ja. Oh, das wollte ich nur sagen. Ja, ich, äh, muss es nicht prägen. Wann ist Deathmatch? Ich seh dich, denke ich. Ja, bleib stehen. Hallo. Ja, wo bist du? Bitte nicht. Ah, hallo. Ja, hallo. Oh. Ah, hallo. Oh. Oh. Das ist kurz gelackt. Okay. Gut luck, Rami. Macht sich bereits. Gut luck, gut luck, Patrick. Gut luck, das schaffst schon. Okay, wo bist du? Sehr wenig hast du dir, Rina. Oh, aber ich, ich, ich komm, wir gehen, wir targeten Optimizer. Wir targeten. Wir fetzen erst mal mit dem Bogen. Finde ich gut, finde ich gut. Targeten. Ja, ja. Einfach abfetzen mal. Okay. Okay, ich bin mittendrin, das war dumm. Milo, 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 Milo. Ich bin tot, ich bin das totes. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh mein Gott, ich bin tot. Und. Ja, und die Runde war groß und sauge halt. Ja, das war halt mal. Das war halt eine spannende Runde. Lasst eine positive Werte da, wer es euch gefallen hat. Wer nicht, dann nicht. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen was rausgekattet haben. Weil ich ein bisschen zu lang war. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, und ja. Ähm. Das war's eigentlich. Danke nochmal für 500 Abonnenten und nicht zu spammen. Hehehe. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Euch auch. Ähm. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Euer MrLB und Ramsko FC. Tschüss. Rami. Ja. Sakkowski. Hab ich schon. Kowski. Tschüss. Wow. Bis zum nächsten Mal.